Setzen wir unsere kleine Reise fort, äh ja, die jetzt mal langsam enden muss, weil wenn je weiter das geht, desto, äh, schlimmer, je schneller das Spiel zu Ende ist, umso schneller können wir auch mit dem neuen Projekt anfangen, über den ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, gemacht habe, wenn ich gerade so überlege. Du willst, das können wir mit Modern Warfare 3 weitermachen, äh, ja, oder mit Modern Warfare 1 wäre auch noch eine Möglichkeit, eine sehr interessante übrigens, äh, achso, ach man, Idiot. Wir hören einfach mal kurz zur Zeit, was, warum? Es ist dumm für euch, ne, mich anzugreifen, ihr wisst halt schon, ne. Dann endet das mal so. oder so oder oder jetzt komm so die Leute gehen mir einfach zu viel auf den Sack, ehrlich so, einfach hier durch fuck oder ich renne einfach weg hey, wie viele sind denn hier davon, das ist doch unglaublich, man na super, da stehen sofort die nächsten Idioten ich renne weg wag dich, wenn du Eier hast, so zu stechen, wag dich der erste, der zu schlägt, stirbt schade aber auch du bist auch damit weg und wie viele haben noch Eier von euch der war unfair, der ist tot hol bitte noch länger zum Schlag aus, ey mal wenn das nicht so ruckeln würde zwischenzeitlich, ne so will ich das sehen tschüss tschüss und another one renn besser, richtig so Idioter. Slop de verres. Und jetzt ruckelt es wieder. Ich kann kaum bewegen. Es ist einfach unfassbar. Wir stechen hier so einen Vollidioten. So. Und das können wir uns jetzt leisten. Das ist ja kein Problem. Aber wo zur Hölle muss ich denn da hin? Super, da kann ich nicht. Aber auf dem Dach muss ich wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich hier hoch. Das wäre nämlich der ziemlich intelligenteste Weg. Wie ist das nicht, was ich hier mache? Und lass mich raten, wir dürfen wieder nicht erkannt werden. Oder doch. Natürlich wieder alles andere als einfach. Die kann ich bald assassinateen. Wunderbar ist ja Probleme. So. So. Aber weiter weiß ich nicht. Aber weiter weiß ich nicht. Oh mein Gott, wir werden das für euch machen. Ja und jetzt. Wie komm ich weiter. Darüber. Komisch hat, dass wir da so komisch springen durften. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Deine Aktionen waren nicht euren eigenen. Aber sie waren. Meine eigene Selbstmacht hat mich gehalten, wie er es getan hat. Ich bin entschuldig. Wie bin ich. Ich bin kein Teil davon. 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 Ich bin mit dir, ragazke. Ich bin mit dir. Tschüss. Schnell wegrennen. Beste. Schau schneller. Schau schneller. Du wirst nicht vielleicht. Los. 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 Nie. Los. wo ja eine person fehlt mir die licht in die richtung meine ich dann die andere okay dann aufs dach erst nur ein leutnant und dann haben wir die arbeit voll endet würde ich mal so behaupten mal gucken wir nicht danach erwartet und weiter hier kommen wir nicht durch und jetzt die letzte aufgabe die wir überhaupt noch meistern müssen und die licht natürlich im arsch der welt wieder klappe ja wo muss ich denn hinlaufen alter arsch der welt oder die klappe oder what what do you will einen kleinen trank kann ich trotzdem gebrauchen aua da ist ein arzt da werden wir uns bisschen medizin jetzt mal besorgen gehen die nämlich die nämlich auch wenn wir wahrscheinlich sie nicht brauchen aber sicher sicher ihm auf der sicheren seite sollen ne man weiß ja nie was kommt wobei 15 schon ein bisschen übertrieben ist also ich kenne dich nicht die klappe na als wie viel des mit mit dem hier wie immer so einfach mit without being seen natürlich wenn es weiter nichts ist natürlich Gut, dass der blind ist, ey. Da hinten ist nichts, sehr schön. Ein guter Mann, stark von Charakter und Moralen. Er sucht uns auf sich selbst zu retten. Und zu retten ist das, was wir brauchen. Bevor Savonarola zu uns kam, waren wir schmerzhaft. Lass uns auf die letzte Freude der Avaris. Muss ich weitergehen? Wir haben viel über die hervorragenden Dinge und die Leidenschaften des Teufels. Wir schreien von der face of God. Und warum würden wir nicht schmerzen, wie wir bei unseren Aktionen waren? Das ist, warum die UAE nicht so schlecht ist. Es ist die divine Retribution. Aber wir sind nicht! Wenn ihr euch geholfen wollt, wenn ihr euch geholfen wollt, nur die Verzweiflung zu Savonarola sagt. Und tschüss! Und tschüss! Bei einfach! Du musst ja nur wissen, wie es geht. Du musst dich nicht auf die Leidenschaften werden! Du musst doch auf die Leidenschaften werden! Du musst doch nicht auf die Leidenschaften. Ich habe die Leidenschaften zu whichen Worte über den Körper. Ich habe ein Gehäller nicht geholfen. Nein. Ich habe die Leidenschaften. Zu schmerzen, wie es zu sagen? Du musst dich so machen über die Leidenschaften. Und zwischen diesem Weltern und der nächsten Welt nicht. Du musst jetzt nicht auf das Gehäller nicht auf das Gehäller nicht auf das Gehäller nicht zu sein! Ich bin sicher, dass du es nicht wirst. Sie wollen nicht fliegen! Ja, die müssen immer so schnell sein, diese Hurensöhne, ne? Ich bin sicher, dass du es nicht wirst. Ja, die müssen immer so schnell sein, diese Hurensöhne, ne? Solange keine großen dabei sind. Gehen! Gehen! Just be ready to strike, when the time is right! Mambruno! Zwei! Drei! Wagt euch nochmal, jetzt der nächste wird wieder sterben. Okay, der wird der nächste. Jetzt ist aber Schluss mit dir. Gehen! 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 Alter, weißt du, wie auf den Sack mir geht man? Oh fuck, Big Boss. Big Boss zieht sich aber zurück, das ist gut. Den müssen wir attackieren, auf jeden Fall, muss ich den attackieren. Ich kriege jetzt auch mal langsam mal Schaden von dem Typen. Seht doch. Gehen! 3 Hässel, das kriege ich mal. 1 Ja, ich drück doch durch... Du musst das in Fettsack legen, aber der Rest regt mir einfach noch mehr auf. Geht doch. Spritzt irgendwo Blut? Ist ein großer, der ruht. Jetzt sterbt man langsam hier. Genau so. Jetzt komm. Geh was eh zu Ende. Mein Gott, jetzt komm doch. Äh. Ja. Ich krieg dich auf den Sack. Dauert mir zu lange. Schlag zu und du bist tot. Schau. 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 Da hinten geht's raus. Bisschen viele Tote. Ich würde gerne mein Leben wieder haben, was ich verloren habe. Und krieg ich das natürlich wieder, nicht wieder. So, da in die Richtung. Schade, ob er kein Navi hier hat, ey. Wird man mindestens von, äh, Unterstützung sein, hier durch zu rennen. Warum sollte ich? Ach, komm, leck mich doch am Arsch, ey. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, fick dich doch, Mann. Wie weit ist das denn noch, Alter? Ich mach das schon täglich, stündlich, sekündlich. Ich töte mich schon nicht dabei. Ach, gut, da runter kann ich springen. Oh, den Platz, den wir jetzt so gut kennen. Da hat aber die ganze Scheiße begonnen. Da ist das so gut, wenn du jetzt noch nicht nachgebracht hast.